Das ist Alexa von Schönebrunn. Ihr Leben ist anders als deins. Was du Luxus nennst, nennt sie normal. Und heute wird Alexa etwas machen, was sie noch nie gemacht hat. George, fahr mich zu diesem neuen Clubhaus. Neu bei McDonalds, der Bacon Clubhaus mit 100% Simmentaler Rind aus Deutschland. Ah, Clubhaus, hm? Es ist okay, verwöhnt zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020